Ich bin wieder Dasman! Willst du das Passwort finden? Ezio kennt die Antwort. Dasman! Unfassbar, dass wir hier festsitzen! Dasman! Sean, hol den Van! Da muss ich den Van verstecken, da muss ich den Van holen. Er ist einfach zuständig für den Van. Der Van-Demo. Ich bin der Brücken-Bembo und er ist der Van-Demo. Hitze ich euch wieder auf. Hallo! Hallo! Willkommen! Mach den Tür auf und es ist Amy. Ja! Oder ich mach mal an, dass sie da nicht sehen will. Der erste! Entschuldigung! Ich glaube, ich schieße die Tür noch dazu. Wo wird sie hin? Ist hier! Nein! Nein! Sie hat mich abgelenkt! Oh! Voll aufs Knie! Ich hab mich abgelenkt! Was? Ich hab mich abgelenkt! Ich hab dich abgelenkt! Ich hab dich abgelenkt! Das ist, dass der Höhle stirbt, ey. Er kann nicht sterben. Ach ja, er ist ja anbrengend. Das wissen wir doch inzwischen schon, nach seinem schönen Sturz immer. Fuck. Ach, eigentlich muss ich ihn spürzen lassen. Vielleicht kriegt er sicher noch mal was Lustiges. Schau, der Kugger ist noch nicht so geil. Ich hoffe, dass ich noch alles klar war drin. Das sind die Mädels stehen wieder ein... Oh mein Gott! Oh mein Gott, schau! Er ist Historiker. Keine Ahnung, wie man steht. Wo bringen wir jetzt Puppel? In Trauungswelt. In Trauungswelt. Da fängt ein schönes Messling an. Oh. Geil. Immer noch. Niemals ja. Komm, du schaffst es. Das ist so nicht mehr viel. Na gut, ich habe diesen hässlichen Boten wieder gestreckt. Ich habe Cesare aufs Maul gegeben. Da werde ich jetzt auch noch hier so ein paar... komische Spachtel... Spachtel... ...ein Spachtel... Wie sieht komische Glas die da. Wieso bin ich wieder hier? You can see this... Ich glaube, das ist... Ich habe einen kleinen Lappel. Ich habe einen kleinen Lappel... E-Lappel... 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 Erwecken den Sechsten... E-A-Line... E-Lappel... What? What the... What? Was? Oh mein Gott, die wird jetzt mal ein bisschen von allen anderen verbrüllt. Du Verräter, du Verräter! Was? 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 Nein, du kannst... Warte, warte, warte. Wir kriegen die immer danach auch noch kurz... äh... was zu hören. Wollt ihr mich verarschen? Aber ja, das ist das Ende von Bourbon. Wollt ihr mich verarschen? Du hast es doch selbst schon... beraten gehört. Und ich habe dich nicht gespondert. Das Ende ist scheiße. Alter, was machen wir? Ich flieg nach Amerika... Lauf dabei, guck ich's auch drauf. Ja, das ist jetzt vorbei, Ende.